Hallo zusammen, ich sitze gerade im Auto und zwar in Albany. Ich bin mit den Jungs auf den Roadtrip gefahren und meiner Farmersfamilie, weil die uns vier Tage freigegeben haben. Und jetzt erkunden wir Albany ein bisschen, die haben uns auch die Unterkunft bezahlt, was mega, mega cool ist. Ja, gestern war es dann ein bisschen länger und heute machen wir Barbecue und gucken uns ein paar Sachen an und das werde ich euch jetzt einfach mal zeigen. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.